Michael Theobald ist ein 71 Jahre alter Professor für Neues Testament in Tübingen. Er ist alles andere als ein Kirchenrevoluzzer, doch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für Bibel und Kirche hat er jetzt klar Position bezogen. Die Standards der Gleichberechtigung von Mann und Frau sind auch in der katholischen Kirche anzuerkennen, schreibt er da. Die Schriften des Neuen Testaments zeigten, so Theobald, eine Vielzahl von Funktionen der Frauen in den frühchristlichen Gemeinden. Gegen eine Priesterweihe von Frauen spricht heute deshalb nichts. Auch hier in unserer Diözese haben wir sich lehrende Kirchen und viele Frauen, die als Priesterinnen an einer gleichberechtigten und lebendigen Kirche mitwirken wollen. Was für eine Verschwendung! Untertitelung des ZDF, 2020